Die berühmtesten Zwillinge der Welt Ich habe gehört, dass dieses Jahr eine echte Prinzessin zu uns kommen wird Eine Prinzessin Ich bin's jetzt total Sind wieder da Ich bin sehr froh, meine kleinen Vögelchen, dass ihr alle wieder da seid Mein liebes Nannylein, aber Ich bin Han Attention, ich möchte repräsentieren die Lieben Salut Das gibt's zweimal Du Blitzmerker Das Abenteuer Es gibt drei neue Eine von denen wird uns eine Million Lösegeld bringen Geht endlich weiter Knabe hat Röslein gesichtet Was macht ihr denn noch hier? Hast du etwa Angst, die Regeln zu brechen? Ich hab vor gar nichts aus Na dann, kommt Die holen wir uns jetzt, kapiert? Versteck dich nicht, dann zeig dich Zeig dich Es ist ein Augenblick, dann zeig dich Komm, zeig dich Wie ist sie nochmal mit euch verwandt? Das fragen wir uns auch schon die ganze Zeit Zeig dich Geht 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 Vielen Dank.